Ich habe dich als Regisseur gewählt, weil ich dich fragen wollte, du kannst doch so eine Sachen realisieren. Wir brauchen brennende Hula-Hoop-Reifen, wo so brennende Hunde durchspringen und die Kamera so hinterher springt. Das ist irgendwie machbar? Halina, du bist mit deinem Herz aus Gold, auf die Party reingeholt, Küsschen hier, Küsschen da, auftritt wie ein Shootingstar, immer fresh, immer busy, jeder weiß genau, das ist die Worte, wann statt bekannt, und es liegt an jeder Hand. Die Jungs verlieren ihr Poker-Face, werden plötzlich sehr nervös, kommen näher, reden wir, hätten gern ein Stück von dir, die meisten hier sind große Fans vom Bands, die du persönlich kennst, selbst der Promi-Fotograf fragt, ob er aufs Foto darf. Ey, letzte Woche war krass, du warst benebelt und stramm, du bist mit Stefan gekommen und mit Bassi gegangen. Sie ist gerade in seiner Phase, wo sich alles um sie dreht. Sie ist gerade in seiner Phase, wo sie kaum einer versteht. Und ihre Nacht hat tausend Farben, ihre Tage kein System. Sie ist gerade in seiner Phase, wo sie tanzt, aber so schön. So schön. Baby, du bist Wahnsinn, Kritzelsfuck auf den Picasso, hast die Bohle umgerissen, Vorsicht, Scherben, mach komm, lass so. Rede Scheiß mit Random Guys, die deine Witze nicht verstehen. Du bist gerade erst gekommen und willst schon wieder weiterziehen. Die sind hier alle auf Bio, trinken Smoothie mit Slack. Du nimmst zwei Gläsern Gin Tonic, schmeißt das eine gleich weg. Wie deine guten Manieren und so wie Stefan und Jan und so wie Basti und Tim und wie mich irgendwann. Sie ist gerade in seiner Phase, wo sich alles um sie dreht. Sie ist gerade in seiner Phase, wo sie kaum einer versteht. Und ihre Nacht hat tausend Farben, ihre Tage kein System. Sie ist gerade in seiner Phase, wo sie tanzt dabei so schön. Manchmal liegst du neben mir und fragst mich, was so los mit dir. Ich bin gerade in seiner Phase, wo ich viel zu Hause rumhäng. Ich bin gerade in seiner Phase, wo ich viel über dich nachdenk. Und meine Nacht hat deine Farbe, meine Tage dein Gesicht. Ja, ich bin gerade in seiner Phase und ich denk zu viel an dich. Und wir rasen durch die Phasen und ich warte nur auf dich. Und wir rasen durch die Phasen und ich warte nur auf dich. Ich wollte so ein tolles Video mit dir drehen. Ich habe alles, ich habe das Studio angemietet, ich habe Tänzer organisiert, ich habe eine Backgroundband gehabt, ich habe alles vorbereitet und nichts hat geklappt. Aber ich wollte doch auch mit dir ein Video drehen. Ja, aber die sind alle so undankbar, die sind alle abgehauen. Haifischbecken Medienbranche, ey. Mann, ey. Weißt du was, Olli, macht dir doch nichts draus. Also Musikvideos guckt sowieso keiner mehr. MTV ist tot. Stimmt eigentlich, ne? Lass uns doch Döner essen gehen. Döner wäre geil, oder? Richtig leckeren, saftigen Döner. Richtig, mit Salat und Kalbsfleisch? Mit vielen Zwiebeln. Ich dabei, ey. Oder Ticken. Kennst du einen guten Döner hier in Kreuzfeld? Ja, hallo. Aber auch mit so geröstetem Brot. Kennst du das, was Brot geröstet wird? Ich kenne mich verarschen, geröstetes Brot. Ich kenne nur Döner mit geröstetem Brot. Ja, aber in Hamburg hatten wir damals nicht diese Toasteranlagen. In Hamburg gibt es ja auch keinen richtigen Döner. Der kommt aus Hamburg, der Döner. Der kommt aus Berlin. Aber die Currywurst kommt aus Hamburg. Das weiß ich nicht. Stimmt auch gar nicht. Die Hamburger Currywurst.